Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für Montag, den 7.12.2020 und unser DAX hat so Freitag ein bisschen abgehangen. Also, wir hatten darüber gesprochen, dass er hier unten auf jeden Fall an einer kritischen Kante ist, von der sich auch durchaus ein bisschen tiefer runterfühlen würde, können und insbesondere auch unter den Tiefs da eben nochmal gut runterstechen. Und ansonsten wäre eben ein harter Stoß nach oben, ein dynamisches Auflösen mit starken grünen Kerzen eben aus dieser, ich sag mal, Flackenbewegung, hat man ja gesagt, wäre dann eher schon was für eine Aufwärtsbewegung. Wir haben es gesehen, er hat es angesetzt, komplett zurückgedreht, die ganze Kiste zurückgedreht, konnte das hier nicht halten, den Bereich um 13.280, 13.300, hat sich hier an dem letzten Hoch eher mehr abgestoßen, dann wieder direkt ausgekontert, nach unten, den ganzen Arm zurückgezogen, damit recht flach in der Bewegung, kein Impuls, nicht sowas, nicht, ich sag mal, auch sowas, nicht sowas, es ist einfach die erste Kerze direkt abgestorben. Also eher in die Richtung wie hier, eher in die Richtung vielleicht wie hier, danach wieder ein bisschen aufgedreht. Das war übrigens auch ein Freitag, na, es ist ein ähnliches Muster, wenn ich das jetzt gerade richtig sehe. Auch hier unten an der Kante geschossen am Donnerstag, dann ein bisschen hochgeschossen, zum Start runter, wieder zurück ans Tageshoch, dort geschlossen. Dann kam am Montag ein Aufwärtsgap, Markt rutschte mal runter, wieder hoch und korrigierte dann wieder nach unten raus. Das heißt, so wie er sich jetzt hier am Freitag gestellt hat, hat er nicht besonders viele Käufer für sich gewinnen können. Die sind wahrscheinlich eher in die amerikanischen Indizes dann reingegangen, die zeigen da wesentlich mehr Dominanz durch ihre Allzeithochs, durch ihre Stärke, locken damit neue Käufer an, die hier offenbar um Dachs noch ein bisschen Bogen machen halt. Also das muss auch nicht sein, dass der da nachholt. Kann auch sein, dass die anderen irgendwann wieder aufhören und abdrehen und unser Dachs dann unten ein bisschen Härte zu spüren bekommt. Aber Fakt ist jetzt erstmal, wir haben schon einen gewissen Spielraum nach oben. Also auch wie auf so einem Freitag, das würde ich hier jetzt auch raus hervorgehen, einfach weil er auch nichts abgeben wollte, hier eher mehr faul auf der Stange rumgehangen hat. Das ist schon ein geiles Bild, oder? Ich freue mich manchmal selber über meinen eigenen Bildern. Also wir hätten oben schon gewissermaßen ein Aufwärtspotenzial, deswegen würde ich hier auch einen kleinen Trigger mit reingeben, über der 13300, über der 1330 bekommt unser Dachs auf jeden Fall erstmal Potenzial auf der Oberseite wieder hin Richtung 13400, hin Richtung 13460. Das sollte man nicht ganz unterschätzen. Er hätte dann hier eine Flagge gebrochen nach oben, wenn er das jetzt wieder auslöst mit grünen dynamischen Kerzen, insbesondere auch nach 9 Uhr noch, nach 10 Uhr noch, wenn er da weiter steigt. Hat er gute Karten. Hier nochmal auf den 460 loszugehen, vielleicht nochmal sich am Hoch zu probieren, vielleicht dann auch eine 500 anzugreifen. Da ist es dann so, umso mehr er dann umklappt nach oben, umso mehr kann er es schaffen. Sollte er aber direkt hier schon im Bereich um 13330, 13380, vielleicht so zügig nach unten wieder zurückgeschlagen werden unter 13330, dann sollte man da unterhalb nochmal einplanen, dass das ein bisschen zur Seite gehen kann. Dafür ist das hier eine Range. Ich würde hier jetzt den Trigger einfach hochziehen. Mir wäre jetzt gar nicht so wichtig, dass er dann auch tiefer muss. Ich würde jetzt schon sagen, okay, in dem Moment, wo er jetzt unter die 1,80 fällt, hätte er dann entsprechende Potenziale bis 1340, 1360, da nochmal unten ran an diese markanten Punkte, die wir hier hatten. So würde ich jetzt erst mal rangehen halt. Aber grundsätzlich ist es schon so, wenn Sie grüne Kerzen sehen zum Montag, im Zweifel halt mitgehen. Und das kennen wir auch hier aus der Geschichte, da hat er auch einen Aufwärtskipp gemacht, den ganzen Tag zur Seite und dann schnell nach oben geschossen. Ist halt so. Kann wieder kommen. Also aufpassen sollte man hier, wenn die rote Kerzen kommen oder wenn er unter 300 arbeitet, aber ich glaube, dann fehlt ihm auch ein bisschen Momentum. Er müsste wirklich schon mit einem größeren Abwärtskipp reinkommen, 230, damit er richtig Stress nach unten entfalten kann. Ich glaube, der Rest wird sonst eher in diese Richtung hier gehen halt. Gut. Im Tagesschart haben wir da jetzt noch so eine kleine... Die werden jetzt nicht besser und nicht signalwirksamer, die Kerzen, die wir hier bekommen. Es ist weiterhin eher unbrauchbar. Viel Range, viel Schieben, viel Seitwärts, wenig Impuls, wenig Dynamik, wenig Volumen erkennbar. Können wir einfach nur alles rüberschieben, so wie es ist halt. Geht er hier aus dem Band raus, hat er dann nochmal die Potenzial nach oben, das ist alles unverändert. Und dann auch schon Richtung Allzeit hoch, das ist ja nicht weit halt. Und wenn du das dann rausgerotzt kriegst, dann ist auch eine 14.000 nicht mehr schwer. Können wir sich selber ein schönes Weihnachtsgeschenk machen. Aber wir gucken jetzt das erste Mal, das sieht im Tagesschatten ein bisschen nach Long aus, Richtung letzten Hoch, 14.000, 4.60. Aber das war die ganzen letzten Tage schon immer mal das, was so aussah. Und das sind einfach Seitwärtskerzen halt. Da darf man nicht zu viel reininterpretieren. Wichtig wären, wenn wieder lange grüne oder lange rote Kerzen kommen. So was ist für uns wichtig jetzt hier. Insbesondere, wo die Börlinger Bänder jetzt so eng aufeinander kommen im Tagesschat. Wenn man dann davon ausgehen kann, dass hier wieder ein Trend kommt, der durchaus auch 1.000 bis 2.000 Punkte wieder annehmen kann halt. Je nachdem, welche Seite es sich eben dann auch rauslehnt. Aber ja, Punkt. Fertig. Raus. Mehr brauchen wir hier nicht drumherum. Quatsch. Und das ist es. Gucken Sie mir auf die kurzen Marken. Gucken Sie mir hier auf die Rangezone ein bisschen zwischen, ich sag mal, 3.30 im weitesten. 3.30 und 1.90. Dazwischen ist für mich Range. Darüber wird es positiver. Und jedes Level, was er rausboxt, kann er sich dann mehr Potenziale oben rausholen. Unten ist das genauso. Ja, wo unten wäre für mich die 1.30, 1.100 wichtig und die 13.40, 13.30. Nee, 13.40, 13.60. Das sind die beiden. Ja. Gut. Dann machen wir hier schon zu. Ich wünsche viel Erfolg. Gutes Gelingen. Maximal Erfolge. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.